Komm, wir gehen. Ja, jetzt gehen wir. So. Wieso ist jetzt mein Wasser weg? Achso, ich habe das Wasser gar nicht gekauft. Ich habe jetzt das Wasser gar nicht gekauft. Das wollte ich aber. Das Wasser wollte ich schon kaufen. Oder? Aber kann ich jetzt nicht, weil ich das eben in meinem Korb hatte und jetzt nicht. Bezahlen, genau. Jetzt geht es. Genau. Die nehme ich jetzt. Nee. Ich wollte immer noch die Wasserflasche. Okay, das hatte nicht so geklappt. Die nehmen wir. Genau. Und dann bezahlen wir. Ich kann ja nicht alles klauen. So, jetzt gehen wir raus. Dann gucken wir mal. So. Was ist mit dem Müllammer? Nach Essen suchen? Können wir trotzdem machen, ja. Sicherheitshalber. So, wir können hier rein. Gemeinsam betreten. Hey. Komm her. Let's wash a little. Oh, I'm coming. Okay. Waschen. Und da kann ich gleich die Flasche auffüllen, habe ich gesehen. Ich weiß. So, wasch fast. Ja. Okay. You're done. So, was haben wir denn hier noch? Klopapierhalter. Toilettenhinweis. Halten Sie das Bad sauber. Anrichten einer Schweinerei. Auf eigene Gefahr. Die Verwaltung. Da ist nix. Was ist mit dem Spiegel? Oh, shit. My face. You look older, dude. Welche Flasche habe ich denn zum Auffüllen? Nice. Free water for us. Ah, da war eine Flasche. Sehr gut. Ah, okay. Die habe ich also mitgenommen. Toilette. 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 Gut. Dann gehen wir raus. Picknick. Essen und Karte studieren. Das passiert jetzt. Kann nix Gutes heißen. Hm. Where are you guys off to now? Uh, south. I guess. Right on. Pro tip. Don't feed the bears. Hm. See you later. We're going to finish. Wow. Wow. That's a big map. Yeah. Hope I can read it. Hm. Is this supposed to be Washington? I don't recognize anything. Yeah. Me neither. But we have to be somewhere in there. Hey, I know. We're here. There's a gas station. See? Nah. No way. We were near Mount Rainier yesterday. But it's miles away now. Let me show you where we are, okay? Yeah. Okay. Hm. We slept at that trout trail thing. Then we walked south for a while. Also weiter runter kann ich gar nicht. Südwestlich wäre hier. Oh shit. Dann we walked south for a while. Oh damn. Where can this be? Südwestlich wäre hier. Alright. This is it. Are you sure? Yes it is. It's next to the river we can't buy yesterday. Here we are. Okay, so. Can we go there tonight? Are you kidding? It's way too far. You want to walk a whole week again? Aww. But it looks cool. Hold on. I'll find where we can go. Hey kids. Looks like you're out camping. Oh. Yeah. Just going over trails and stuff. Seems dangerous to be out here all alone. But maybe you're the ones who need to be watched. Huh? What do you mean? We just... Sure hope you paid for all that. We don't tolerate shoplifters. Uh... Sir. We paid for this. And the map was free. Well, let's go inside. You can show us what you bought. Uh... No. Thanks. We have to go. Nope. You're going inside. Don't make this worse for yourself, kid. Or I will. Besprechen. Flüchten. Angreifen. Besprechen. Also, angreifen auf keinen Fall. Ich glaube, wir sollten weglaufen. Weil der hat doch eigentlich gar nichts mitgekriegt. Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ja, es ist nicht gut, dass wir geklaut haben, aber... Wir hauen ab. Daniel, get out of here! Huh? Go! You stay! Daniel, now! Okay. Das... ja. Hm. Die sind alle so brutal. Hm. Das ist nicht gut hier. Oh, shit. Daniel. No, no, no. Don't do this to me. No. The police will get those two straightened out. I'm not sure about this, Hank. I don't know. And they'll be off our property and won't be our problem no more. If you say so, then, well, I'll let you deal with it. So ein Mist. Oh, hey there. You finally awake? Sorry I had to secure you. But if you're innocent, don't have guilty. Oh, yeah. Es tut weh. Es tut weh. I'm gonna throw up. Just let me use the bathroom. Nice try. But I know who you are and what you did in Seattle. I saw it in the paper. Immer dieses Urteilen. Where's my brother? Wish I knew. Little shit took off. I'll find him. Don't worry. If you touch him... You think I'd hurt a little boy? Guess you didn't have any second thoughts about leading him out into the middle of nowhere, though. That's real safe for a little kid. He's lucky. He won't end up like his criminal big brother. Just let me go. Please. You're the reason we need to build that wall. You're the reason we need to build that wall. What? What are you doing for a... Oh, man. Aufbrechen? Plastik. Ja, klar. Ja. Aufbrechen. Ich komme da ja nicht dran. Bürofenster. Äh, Lagerraumtür öffnen. Ja. Das war das, was ich dachte. Oh, fuck. Äh. Ich kann da immer noch nichts machen. Bürofenster. Stuhl. Greifen. Klappt das? Nicht so richtig. Pappröhre, bewegen. Klappt das? Ja. Sehr gut. Jetzt kann ich das Hinweisschild bewegen. So, und jetzt? Komme ich da besser raus? Regal. Treten. Schupp. Was sollte ich jetzt mit den Bären machen? Hank Doris Stamper. Okay. Okay, so, Belüftung. Daniel antworten. Ich bin gerade hier. Sind Sie okay? Ich, 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 ich glaube so. Der alte Mann schießt mich in den Wäldern. Aber ich, ich glaube, ich habe ihn verloren. Ist er weg? Ich bin wirklich, wirklich schade. Hey, Enano. Du machst gut. Du hast sie total verbrannt. Dank dir. Wir haben eine Chance, Denk nach. Weg raus. Öffnen lassen. So. Vielleicht klappt das. Es regnet ja ganz schön anscheinend, ne? Okay. Dann machen wir... Fenster. Hm. Ja, nein, vielleicht. Okay. Okay. Schlüssel? Was ist denn da noch? So, aufbrechen lassen? Was mit der Rohrbefestigung? Warte mal. Erst mal aufbrechen. So. 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 Was ist mit der Rohrbefestigung? Abreißen. Jetzt sollte es funktionieren. Nach Werkzeug fragen? Äh, etwas stabiles Holzpfeil in der Werkstatt. Doch, die haben wir gesehen. Sehr gut. So, und jetzt? So, aktuell geht gar nichts. Kann zwar hier auf die Seite gehen. So, Werkzeug nehmen. Ja. So, jetzt nochmal an die Rohrbefestigung. So, drücke wiederholt. Ja, komm, 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 komm. Ja. Super. Sehr geil. Jetzt aber schnell. So, bewege dich vollwärts mit B. So. Los. Sehr gut. Sehr gut. Okay. So, jetzt komme ich an die Schlüssel. Hoffe ich. Sehr gut. Schlüssel. Und jetzt kann ich damit wahrscheinlich meine Plastik. Ja. Hoffentlich klappt das jetzt. Jetzt bist du ganz nass. Das ist ganz nass. Du bist ein Rock. Hat dieser Mannsinn dich gesehen? Kein Weg. Ich bin inwesible. Ja, du bist. Jetzt müssen wir meine Sachen holen. Und gehen. Let's go! Oh! Wow! Was ist passiert? Was hast du getan? Ups. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht was passiert. Campingausrüstung stehlen. Ja, wenn wir schon dabei sind, der war so... Der war überhaupt nicht nett zu uns. Okay. Rennen, K.O. schlagen. So, der hat's jetzt verdient. Er hat ja eben mir einen Magen geboxt. Jetzt aber schnell in den Wald. So. Ich hab keine Ahnung. Der sitzt da in dem Auto. Der ist offen. Lasst uns jetzt die Okay. Okay. Huch. Hm. Na gut. Mal sehen. Mal sehen.